Willkommen zum neuen Zaubertrick bei Magic Eric. Ihr seht schon, für den Trick benutze ich heute das Bicycle Clumadeck. Ich teile das Kartenspiel mal ungefähr in der Hälfte. Jetzt nimmt sich der Zuschauer, sagen wir mal von diesem Stapel, paar Karten runter. Okay, jetzt darf er sich von anderen Stapeln eine Karte aussuchen, sie sich merken. Und wenn er sie sich gemerkt hat, dann kommt sie auch schon hier wieder ins Kartenspiel. Ich kann das Kartenpack nochmal durchmischen, bevor es hier auf das andere Pack raufkommt. Jetzt mache ich eine komische Mischmethode. Aber ihr seht auch schon, diese Variante zu mischen ist sehr, sehr einfach. Auf jeden Fall, wenn wir am Ende der Mischmethode angekommen sind, dann seht ihr auch schon den Überraschungseffekt. Denn der ist wirklich cool. Also, es verbleiben nur noch wenige Karten in meiner Hand. Und dann schauen wir mal weiter, was dann passiert. Also, hier erzähle ich mal, wie viele Karten der Zuschauer abgehoben hat. In diesem Fall sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf Karten, die der Zuschauer abgehoben hat. Okay, elf Karten. Okay, elf Karten. Jetzt zählen wir mal, was die elfte Karte von diesem Stapel ist. Das ist in diesem Fall eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die Zuschauer-Karte. Das war der Karten-Trick. Bis zum nächsten Mal, euer Magic Erik.